Wörter Club 2011, die Premiere. Sehen Sie hinter mir, es geht schon volle zu. 200 Starter, die kommen daher, Rennanzüge, Lederhosen, alles mögliche. Supergeil, die Stimmung ist total lässig. Wie schaut es auf der Piste aus? Vor Bordok hat es geschnitten, heute ist es superkalt, hat ca. 0 Grad. Die Piste ist griffig, es ist eisig, es ist für jedenfalls dabei. Das Aufregende wird sicher sein, wer gewinnt heute, wer hat die beste Condi, wer hat das beste Material und wer hat die beste Technik hier aufgerichtet. Ja, paar Minuten noch bis zum Start. Was ist die Karte. Dann bin ich aufgeregt, ist das sai. Das ist die Karte. Du bist und weg, ich weiß nicht. Ich sache, das Pause. Was ist die Karte. Die Karte. Alles, was ich in der Tat. Ich kann mich jedenfalls mit Karte. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Urban, du bist der erste Sieger bei den Streifwörte Club Gesamtsieger. Du bist aufergefräst in 32 Minuten. Wie hast du dich so gefühlt? Ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Das liegt mir eben im Sommer auch so vertikale Kilometer machen. Deswegen habe ich heute mal die Strecke kurz angeschaut. Und da habe ich gesehen, da nehme ich nicht die Ski, da geht es zu Fuß. Nicht mit Spikes, sondern irgendwie wird das schon klappen. Du bist da gleich mal relativ weit vorne gewesen. Wann hast du gedacht, okay, dass das reicht zum Sieg? Bis man nicht rein ist, bin ich mir sicher nicht, ob man gewonnen hat. Aber nein, ich habe schon gesehen, ich habe mich eigentlich leicht getan und so. Und dann ist es schon ganz gut gegangen.